Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft, also Let's Play Minecraft, oder 7 Days to Change So Nice, 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 aber wir befinden uns gerade in der 10. Woche fährt mal auf So Ich hoffe auf der 1.4 ist das mal gefixt Wollen wir jetzt doch besser auf die 1.5 wachten Wachten Wo Ich glaube ich sage, ein Baum ist schnell äh Gibt's was hier, also hier den ganzen Kram hier aus So Blub 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 Boah, Alter, ich hab zu Schulterschmerzen ohne Scheiß Ich glaube ich hab zu viel gezockt Haben wir eine Fackel, äh, Fackel, ne Axt Ja, wir werden eine Fackel und bauen den Baum ab Und mit der Axt bremen wir im Wald nieder Hm Meine Logik wieder Verdammt, mir fällt auf, ich hätte eigentlich hier noch Schülter runter ne Dings machen können Also, sollen Ah, nein Ah Der Fluss ist vollkommen falsch Egal Die Blumen verteilt sich ja auch, wenn es gut ist So Aber es wird immer ein Blumen haben So Da müssen wir da hinten gucken So, dann bauen wir auch einmal bis hier hinten Hinten hin so 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 Das ist das nächste Kurs, die nächste Gruppostelle hier zur Info So 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 Ab So So Wir Also Wie Who We So Wie Okay We 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 blöb 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 leider kann man keine erde kopieren es gibt es gibt ja später noch mal kopierbar bitten esel und den end so blöb 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 so können wir es einfach mal neu auf der erde so lauf 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 haben wir noch ändern aber ich habe erde sogar und menge an erde können wir das ja auch einfach wegpacken das brauchen wir alles erstmal nicht die stein treppen dann können wir das noch das noch reinpacken egal wir können einfach alles rauskommt was wir haben also drop 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 können wir alles das ist ja praktisch dafür als der job brauchen dann droppen wir auch noch mal schnell das ganze hier 39 können wir da noch reinpacken gut dann können wir das eine mal einpacken so das habe gedüngt so schnell hoch hier hoch 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 weil ich will es ja die dieses loch wird jeden auch übrigens zugemacht also das hier wird exilte auch nicht mehr so ab vierten mache jetzt zu weil sie den eigenen brauche nicht mehr müssen neun bauen aber wo halt noch keine ahnung hat doch 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 wir können den lassen wir können lassen indem wir aber hier ich bin mal so nett und das war so einfach so gut er wird sagen danke fürs hohe leute wird euch gefallen hat würde mich über eine bewertung freuen und ja das war so quasi wirklich schon wieder mit der folge und wie gesagt wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne bewertungen auch da und bis in der nächsten folge wieder oder war dann sagen wir mal bis 37 mache ich dann passt oder danke fürs zusehen ciao